die leute damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen shop video ich zeige euch heute wie immer was in den shop reinkommen wird und wegen direkt mal auf den shop drauf denn der shop ist auch schon einer knappen halben minuten da und davor ganz kurze info hier unten gibt es das gratis alles mit singem mode jetzt im shop wir sehen schon null wie bugs könnt ihr kaufen oder verschenken holt euch das auf jeden fall ansonsten guckt mal direkt was heute reinkommt und falls ihr neuer seid lasst natürlich gern abo hier ihr seht ihr jeden tag immer den neuesten shop so jetzt mal schauen 3 2 1 und der shop ist da ok neue weihnachts skin neue hacke gleiter ok interessant interessant und das mode ist auch noch hier und die restlichen weihnachts sachen das ist sehr sehr gut master schief auch noch hier ok riesiger shop hier unten die sachen sind eigentlich alle gleich geblieben das mode könnte halt immer noch holen und ansonsten oben gibt es auf jeden fall ein paar neue sachen hier ist auf jeden fall der herr von zuckerstangen und wie wir sehen ist es einfach ein skin in so einer zuckerstangen optik und das sieht verdammt lustig aus auf jeden fall gibt es jetzt hier neu im shop auch relativ dünn gehalten finde ich ganz nice hier gibt es noch das rückenteil dazu einfach eine tasche mit so ein paar sachen dran finde ich ganz cool dann gibt es einmal hier noch die vornehme zuckerprügel die ist direkt in zwei stilen hier noch mit dem zweiten stil ohne diese gimmicks halt finde ich auch cool das sieht nice aus ok coole doppelhacke dann gibt es einmal noch hier einen gleiter und zwar den zuckerflieger auch der sieht ganz okay aus alles natürlich im selben look und ist relativ günstig und ich wurde schon wieder beschenkt von volt hat was haben wir jetzt bekommen ok rückenteil vielen dank einfordern grüße gehen natürlich raus ehrenmann dankeschön ansonsten gibt es hier einmal die fröhliche verfechterin zurück dies zurück nach 358 tagen und hat auf jeden fall hier vier stile insgesamt dann gibt es noch einmal die pyjama patrouille auch in vier stilen auch ebenfalls sehr selten ansonsten gibt es noch zwei weitere skins die schlafanzug schlechterin und einmal noch die festliche verfechterin dann gibt es einmal noch hier die traditionsbrecher hier als rückenteil und dann auch noch hier heimliches fest als lackierung ganz nice sachen alle zurück nach 358 tagen an der stelle könnt ihr gerne ganz kurz mal rechts unten hier auf eine schütze ein kleiner klicken und den code detour eingeben würde mich sehr sehr freuen und damit gehen schon zu den täglichen sachen wo es einmal hier die freche wurst gibt ein sehr sehr lustiger skin ist auch noch mal zurück nach einem knappen monat hat sie noch flugstreifen und einen zweiten stil dann gibt es ansonsten einmal noch hier den gold gräber ebenfalls nach einem monat zurück eine sehr sehr coole hacke und ansonsten gibt es hier noch die paar patrouille auch der skin ist noch ganz okay er ist er halt dieser golf skin zurück nach 45 tagen passend hier mit der golf achse mal wieder das kommt ja meistens immer gleichzeitig in den shop dann gibt es einmal noch spaßiger groove hier ein musikstück zurück nach 401 tagen auch schon über ein her ganz entspannter track klingt ganz nice darunter geht es einmal hilft schwung und das noch zurück nach 50 tagen ansonsten wie gesagt hier gibt es noch mal die the walking dead skins die kennt glaube ich auch schon jeder hier ist noch mal das gratis remote und die ganzen restlichen weihnachtssachen die glaube ich jeder kennt und ansonsten gibt es noch den master chief und die star wars sachen und das war es eigentlich auch schon hier mit dem neuen shop